Jetzt müsst ihr aufnehmen. Yeah! Video-Tour-Tagebuch Nr. 1 von Plot unter die Sanchez große Ostdeutschland-Tour. Boom! Ja, nehmt auf! Yo! Tour-Tagebuch Nr. 2. Jack die Küchenschabe und Max die Assel. Wir sind kurz vor Kassel. Und fahren nach Behanne. Wir sind völlig die Banane. Unser Nightliner ist aufgetankt. Ich krieg grad die Füße massiert und noch einige andere Körperteile. Den wird aber aus rechtlichen Gründen nicht zeigen. In der Kristall ist es kaltgestellt. Wer ein schwerbehinderte Schüler mitgenommen hat. Ich stand da vorne. Ich kann mich nur noch an Rollstühler trainieren. Guck mal, der Kasten ist noch ganz voll, Alter. Die Bar ist eröffnet. Ja, ich kenne noch was zu sagen. Der Ersatzschlagzeuger und Ersatzklassist sind gebucht auf jeden Fall da. Die machen den Ersatz. Henk pumpt immer noch seine überdimensionale Gummipuppe auf. Ja, die ist irgendwie zweidimensional eigentlich nur. Es war wie ein Brett. Hat auch nicht so eine Oberweite. So, okay. Es kann losgehen. Ja. Okay. So, ready? Ja. Oh, nice. Sag, wenn du bei mir bist. Elias, du gibst mir ein Zeichen. Und nein. Oh. 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 Haha. 20 Euro. Ja. Was soll man sonst sagen? Der Elias fängt langsam an zu stinken. Wie immer. Meinst du, du kannst irgendwas sagen? Okay, ich versuch das jetzt mal ganz sacht mit dir überzubringen. Ja. Geht's schon los? Ja, geht los. Ich hab die Jungs heute gesehen. Das war mir eine Ehre. Eigentlich bin ich ja Metaller. Vollster Überzeugung. Aber. War viel zu viel alte Hip-Hop-Zeiten zurückerannert. Und. Es war true. Alles. Folgen Skins. Oh. Könnt ihr noch irgendwas über den Plot sagen? Irgendwie. Wie ihr heute das fandet so? Das war mal was anderes. Das war noch nicht schlecht. Aber gut. Boah. Angenommen. Da fallen deutsche Texte, wie gesagt. Und. Ich weiß gar nicht, dass es klasse ist. Wir. 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 machen. Wir. 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 Wir.